Ohrinsel Körperreise, entspannen mit autogenem Training. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auf der Ohrinsel. Mit diesem Audioprogramm kannst du eine Reise durch deinen Körper machen und mit der Hilfe von autogenem Training vollkommen entspannen. Wenn du das erste Mal ein autogenes Training machst, kann es gut sein, dass sich die gewünschte Entspannung nicht sofort einstellt. Auch ist es nicht schlimm, wenn du dich beim ersten Mal eher unwohl fühlst und zum Beispiel dein Herz schneller schlägt. Das ist normal und musst dich nicht beunruhigen. Falls noch nicht geschehen, suche dir jetzt einen Platz, an dem du dich richtig wohl fühlst und auch ungestört bist. Sorge dafür, dass du bequeme und nicht zu enge Kleidung trägst. Du kannst diese Entspannungsübungen im Sitzen oder auch im Liegen machen. Alle Übungsformeln werden in der Ich-Form gesprochen. Um den gewünschten Entspannungseffekt zu erreichen, solltest du die Formeln drei bis sechs Mal mit deiner inneren Stimme nachsprechen. Du kannst jetzt gerne nochmal auf die Pausefunktion drücken, um dir deinen Platz so einzurichten, dass es für dich komfortabel und angenehm ist. In der Beschreibung unter dem Video, im Infotext, findest du die Startzeit, um beim nächsten Mal direkt mit dem Audioprogramm zu beginnen. Du kannst jetzt gerne auf die Pausefunktion drücken, um dir deinen Platz so einzurichten, auf die Pausefunktion drücken, um dir deinen Platz so einzurichten, um dir deinen Platz so einzurichten, um dir deinen Platz so einzurichten, um dir den Platz so einzurichten, um dir deinen Platz so einzurichten. Sitz du oder liegst du bequem? Okay. Wenn du möchtest, kannst du deine Augen schließen. Nimm zu Anfang zwei bis drei tiefe Atemzüge. Atme durch die Nase ein und atme durch den Mund wieder aus. Nimm dir ein paar Momente Zeit, um anzukommen. Spüre den Boden, auf dem du liegst, oder die Fläche, auf der du sitzt. Und wiederhole ein paar Mal mit deiner inneren Stimme folgende Entspannungsformel. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Immer wenn du diesen Satz in dieser Entspannungsübung hörst, kannst du ihn ein paar Mal mit deiner inneren Stimme nachsprechen. Stell dich gedanklich darauf ein, dass dein Körper in den folgenden Minuten sich ganz tief entspannen wird. Alle Nerven, Muskeln und Gelenke entspannen sich, lassen los und werden angenehm warm und ganz schwer. Dein Atem strömt ganz leicht, sanft und gleichmäßig. Du bist vollkommen ruhig und gelassen. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Lege für einen kurzen Moment eine Hand auf deinen Bauch. Dort, in der Region um deinen Bauchnabel, befindet sich dein Sonnengeflecht und du kannst spüren, wie dieser Bereich immer wärmer wird. Deine Stirn ist angenehm kühl, klar und vollkommen entspannt. Konzentriere dich jetzt auf deinen rechten Arm. Mein rechter Arm ist ganz schwer. Mein rechter Arm ist ganz schwer. Wenn du liegst, dann stell dir vor, wie der Arm so schwer wird, dass er ganz tief in den Boden einsinkt. Oder wenn du sitzt, stell dir vor, dass Gewichte an deinem Arm hängen, die ihn immer weiter nach unten ziehen. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Gehe mit deiner Aufmerksamkeit jetzt zu deinem linken Arm. Genauso wie dein rechter Arm wird dein linken Arm immer schwerer und schwerer. Mein linker Arm ist ganz schwer. Mein linker Arm ist ganz schwer. Beide Arme sind nun ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Du kannst dir auch hier wieder vorstellen, wie zuerst das rechte Bein und dann das linke Bein ganz tief und wie von selbst in den Boden sinken. Weil du es kannst und weil du es willst. Mein rechtes Bein ist ganz schwer. Mein rechtes Bein ist ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Schenke nun deinem linken Bein deine volle Aufmerksamkeit. Auch dein linkes Bein wird nun ganz schwer. Mein linkes Bein ist ganz schwer. Mein linkes Bein ist ganz schwer. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Deine Arme und deine Beine sind nun ganz schwer. Du bist vollkommen ruhig und gelassen. Immer mehr sinkst du in diese tiefe und angenehme Entspannung. Stell dir vor, dass du einen kleinen Stein in einen klaren See geworfen hast und du beobachtest, wie er immer tiefer sinkt. Immer tiefer und tiefer. Und genauso tief, ganz tief sinkst du in diese Entspannung. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Konzentriere dich nun wieder auf den rechten Arm, der immer noch sehr schwer ist. Durch deinen ganzen Arm, von der Schulter abwärts bis zur Hand, strömt nun eine wohlige Wärme. Mein rechter Arm ist angenehm warm. Mein rechter Arm ist angenehm warm. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Ganz wie von selbst strömt auch die Wärme in deinen linken, immer noch sehr schweren Arm. Mein linker Arm ist angenehm warm. Mein linker Arm ist angenehm warm. Beide Arme sind nun angenehm warm. Genieße ein paar sanfte Atemzüge, die schwere und Wärme in den Armen und Beinen. Spüre, wie dein Atem ganz wie von selbst durch deine Arme und Beine fließt und die schwere und Wärme verstärkt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Spürst du, wie dein Atem kommt und geht? Ganz wie von selbst atmest du ein und wieder aus. Du musst dafür nichts tun, einfach nur fließen lassen. Ein und wieder aus. Mein Atem fließt vollkommen ruhig und gleichmäßig. Mein Atem fließt vollkommen ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Genauso ruhig, gelassen und gleichmäßig schlägt auch dein Herz. Und du kannst auch deinem Herzschlag ganz viel Entspannung schenken, indem du die folgende Formel mit deiner inneren Stimme drei bis sechs Mal wiederholst. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Mein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Dein ganzer Körper befindet sich jetzt schon in einer sehr tiefen, schweren, warmen und angenehmen Entspannung. Deine Arme sind ganz schwer und warm. Deine Arme sind ganz schwer und warm. Deine Beine sind ganz schwer und warm. Dein Atemfluss ist ganz ruhig und gleichmäßig. Und dein Herz schlägt auch ganz ruhig und in einem gleichmäßigen Rhythmus. Kannst du dich noch erinnern, wo dein Sonnengeflecht ist? Genau, im Bereich um deinen Bauchnabel und auch dort fließt dein Atem hin. Ganz wie von selbst und du spürst, wie es dort auch immer wärmer wird. Es ist ein sehr leichtes, fast schon federleichtes Glücksgefühl. Denke an die berühmten Schmetterlinge im Bauch, wenn man frisch verliebt ist. Tauche jetzt in dieses warme Glücksgefühl und sprich ein paar Mal mit deiner inneren Stimme folgenden Satz. Mein Sonnengeflecht ist strömend warm. Mein Sonnengeflecht ist strömend warm. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Hörst du den Regen? Konzentriere dich für ein paar Atemzüge auf das erfrischende Geräusch und beobachte, wie dein Atem auch in deinen Kopf fließt. Amin. 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 ist angenehm kühl. Meine Stimme ist angenehm kühl. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Die Wellen der Entspannung fließen auch ganz wie von selbst in deinen Rücken. Dein ganzer Körper ist nun vollkommen entspannt, ganz schwer und angenehm warm. Arme und Beine sind ganz schwer und warm. Dein Atem und Herzschlag sind harmonisch, ruhig und im liebevollen Gleichklang. Dein Sonnengeflecht ist strömend warm und verteilt von dort aus noch mehr angenehme Wärme in deinen ganzen Körper. Deine Stirn ist angenehm kühl. Du bist vollkommen ruhig und gelassen. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Ich bin vollkommen ruhig und gelassen. Er ist ein K Untertitelung des ZDF, 2020 Nimm jetzt noch mal ein paar tiefe Atemzüge. Balle nun beide Hände zu Fäusten, spanne sie ganz fest an, lass die Anspannung auch in deine Arme und wenn es geht in deine Beine fließen. Ich zähle jetzt von 5 bis 1 und bei 1 lässt du die Anspannung wieder los und öffnest deine Augen. Bist du bereit? Okay. 3, 5, 4, 3, 2 und 1. Lass die Anspannung jetzt los, strecke und räkel dich, atme noch mal tief ein und wieder aus und öffne jetzt deine Augen. Willkommen zurück im Hier und Jetzt und vielen Dank, dass ich dich während dieser Entspannungsübung begleiten durfte. Gerne möchte ich dich noch dazu einladen, diesen Kanal zu abonnieren. Denn hier auf der Oa-Insel findest du viele weitere geführte Meditationen und Traumreisen, die dir helfen, ein glückliches, erfolgreiches, gesundes und von der Sonne geküsstes Leben zu führen. Achte auch darauf, dass du die kleine Glocke neben dem Abonnieren-Button aktivierst. Denn so kannst du dich auch sechsmal die Woche mit dem Ohr des Tages, mit Tipps, Gedanken und Inspirationen positiv auf den vor dir liegenden Tag einstimmen. Du bist auf jeden Fall herzlich willkommen. Schön, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mal.